Ich bin an. Unsere Soldaten hatten keine Wahl. Kämpfen oder sterben. Ein Hauptschlachtfeld. Charakteristisch waren heftige Nahkämpfe, zermübte Infanterie, Luftbombe de Mons und gefährliche Folge. Für die Rotarmee, bei dem der Wehrmacht, auch eine neue Anweisung von Genosse Stalin der Gegner, Befehl 227. Mit diesem Befehl war Sowjet-Truppen verboten, ohne den Befehl eines hohen Offiziers, den Rücktritt anzutreten. Eine neu gebildete Speerverbände eröffnete das Feuer auf Soldaten, die ohne Erlaubnis den Rückzug antraten. Isakovich verabscheute den Befehl, kämpfte aber trotzdem an der Seite seiner Truppen, um die Stadt, die nach ihrem großen Anführer benannt war, zurückzuerobern. Er befahl uns, standzuhalten und Stalingrad zu retten. Daher waren wir uns im Beklaren darüber, dass es Machen oder Sterben hieß. Wir konnten den Rückzug nert angetreten. Vasilij Zhokov, Generalleutnant der Roten Armee. So, aber das ist doch eigentlich ziemlich ineffizient. Einfach neue Truppen zu kreieren, die dafür da sind. Rückzug Soldaten zu erschießen, das ist doch schon ziemlich ineffizient. Dann wird noch mehr Leute. Es gibt keinen Rückzug, nicht einen Schritt zurück. Laut Befehl 227 wird jeder erschossen, der es versucht. Exekutiert als Feigling und Verräter. Vielleicht sollte der Feind Munition sparen und warten, bis wir uns selbst erschießen. Aber wisst ihr, Genossen, wir haben keine andere Wahl. Wir können nur überleben, wenn wir vorrücken. Verstanden, Genosse Leutnant. Wir stehen an ihrer Seite. Als wenn wir die Wahl hätten. Laut Befehl! Feilkontakt! Ja, stimmt. Als wenn ihr die Wahl hättet. So. Mal gucken, was jetzt wieder auf uns zukommt. Feindliche Infanterie erledigt! Wer ist ein Sinn meiner Eier dran? Genossen, das Vaterland muss zurückerobert werden. Unser Weg führt unmittelbar zum Sieg. Wir werden die Umgebung der Fabrik halten und dann durch die Stadt zur deutschen Stellung vorstoßen. Wir müssen auf Angriffe von den Seiten aufpassen. Seien Sie bereit für einen Gegenangriff, wenn sich die Gelegenheit bietet. Kriegsgefangene haben uns informiert, dass die deutschen Panzerdivisionen für einen Angriff vorbereiten. Ich versuche Ihnen dafür, mehr Unterstützung zu besorgen. Wir werden die Deutschen aus Stalingrad vertreiben. Zentimeter um Zentimeter. Genosse Hauptmann, Männer sammeln und umkreisigern. Okay, das kann ich eigentlich vorstoßen. Das kriege ich eher hin. Das erobern wir fürs Volk. Garde schützen, okay. Das Territorium wird dem Volk. Ach, wieso wusste ich, dass das nicht so bleiben kann? Was, wir können das doch eigentlich? Wir erobern und halten ihn mit unseren Schweren. Wow. Irgendwo in dieser Gegend haben die deutschen Artillerie aufgestellt. Finden und zerstören Sie sie. Scheiße. Äh, ja. Was wollen Sie? Weil das Ding erobert ist. Weiter hoch. Wir geben uns jetzt dorthin. Wir wegen der Art. So, hier sind doch noch... Oh, da ist es. Wir werden von Infanterie beschossen. Na, dann Kralatat werfen. Wir werden von Infanterie angegriffen. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh scheiße, das war falsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, weg, 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 weg. Oh Gott, weg, weg, weg. Hey, hey, hey. Okay, okay, das ist scheiße. Das ist kacke, das ist kacke. Äh, Antipersonen, Granate, so, hier. Granat werfen, Granat werfen, Granat werfen. Komm schon, bitte. Das Ding ist zerstörbar, habe ich das Gefühl. Scheiße. Oh, kacke. Was? Was? Was, was, was? Wenn diese beiden aktiviertes Trüpfung übergehen, wir fehlt es heute zu. Was? Ach, scheiße, das ist ja jetzt tatsächlich scheiße. Genosse, wir werden an den Griffen. Unser Hauptquartier steht unter feindlichem Beschuss. Ich, ähm, das kann ich nicht ändern. Ach, du Scheiße, ich weiß ja nicht, dass es so scheiße ist. Stuck ihm anrollen. Wir brauchen Unterstützung durch Panzerabwehr. Die brauche ich so auch, weil ich so nicht angreifen kann. Das ist einfach zu viel. Ich werde, äh, jämmerlich sterben. Ich werde jämmerlich versorgen. Fürs Vaterland. Er schießt lieber. Scheiße, Mann. Scheiße, Pioliertruppe. Äh, mehr kann ich, also ich, äh. Es ist hoffnungslos. Äh, ja. Wenigstens kann ich Einheiten produzieren. So, hier sind auch noch ein paar unterwegs, ne. Der war genau... Der zermürbt hier schon mal alles, was wir haben. Okay. Ja. Also, die erste Relle war ja mal wirklich hoffnungslos schlecht. Das muss ich ja zugeben. Okay, ähm. Was? Vielseitiger. Okay. Was habe ich hier? Schausschütze. Ja. Ja. Nein, ich muss ja den auslöschen, den dort noch. Wenn schon, versuchen wir. Flak-Paket. Ach, das brauchen wir jetzt nicht. So. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Erraten ihre Befehle. Ja. Die Schieße nach unser Fahrzeug. Ich weiß. NKPG-Affizierer abgerückt. So. Artilleriebeschuss. Na, klasse. Das ist doch nicht möglich, Artillerie. Wo ist die Artillerie denn her? Eine tapfere Infanterie-Einheit hat das ultimative Opfer gebracht. Kacke. Oh, das ist eine Panzerbüchse. Das ist ja gut. Was können wir tun? Äh. Rekruten hier. Wir verlegen diese Kanone. Ja, das ist gut. Ich bräuchte ein paar Einheiten. Bereit machen zum Stellungswechsel. Äh. Ja. Okay. Scharfschützen. Das ist gut, dass ich die produzieren kann. So. Ich muss diese Artillerie ausschalten. Das ist, äh, einfach wichtig. Äh. Nein. Ihre Befehle genutzt auf dem Weg. Gut. Ach, die Scharfschützen werden gerade produziert. Panzerabwehr hier. Wir haben eine neue Einheit. Sichern wir das Territorium. Ja, da gehen wir erstmal dran vorbei. Wenn das geht. Wenn das hier geht, dann wäre das richtig gut, weil... Ohne... Ohne diese Artillerie kann man, glaube ich, sehr gut hier arbeiten. Also Scharfschützen sind schon echt gut. Pionierrekruten. Ich kann hier echt viel produzieren, ne? Granatwerfer. Uiuiuiui. Schweres MG. Ich mach lieber noch ein paar Scharfschützen. Oh, wer ist Beschuss? Hier ist Beschuss. Das kriegen wir hin. Okay, die können da tatsächlich durch, anscheinend. Das ist gut. Dann kommt da noch ein Frontowiki hin. Auf Rückzug steht die Todesstrafe. Ja. Brauche ich auch nicht gerade. Äh, an alle Rekruten. Was wären die effektiven Dinger? Aha, aha. Gut. Sorry, dass es gerade so... Richtig langsam hier geht, aber... Ach, die kommen gerade, oder? Ah, die kommen gerade. Das ist gut, das ist gut. So, weil hier passiert nämlich gerade gar nichts. Dann kann ich die ruhige Zeit nämlich für andere Sachen nutzen. Wie zum Beispiel Sachen produzieren. Ich weiß nicht. NG. Granatwerfer könnte ich eigentlich machen. Das habe ich ihm gehört. Zum Glück kriege ich da auch immer durchgehend Geld. So, die sind keine Feiglinge. So, die könnte ich nämlich trotzdem zusammen anschließen. Hilfe, anschließen. Gut. Okay, die können mal dort aufs Werft, das ist gut. Okay. Jetzt... Schützen bereit! Kümmern wir jetzt nämlich hier um die Artillerie. Die ist zwar noch von einer Artikel, die Artikel, aber... Artikel, die Feuer in Deckung! Wohin, dahin? Das Kommando hat Befell 227 zurückgenommen. Ja, Befehl 227 ist auch so bescheuert. Der verdammte Krieg für mich jetzt vorbei. Die Feuer lauf uns! Ja, das ist klar. Das ist ein Gegner. Sie haben ein Ziel? Wir haben das Feuer auf uns eröffnet. Komm schon, schießt, er schießt. Er schießt ihn. Wir kämpfen für unsere Brüder. Komm schon. Ich muss noch einen hier so in der Mitte. Alles gut, alles gut. Er schießt doch mal. Bewegt euch, als wenn euer Leben davon abhängt. Ja, ich glaube, das ist auch besser hier. Wir haben wir erledigt. So, jetzt nach oben. Ich will, dass diese Scheiß-Artillerie weg ist. Scheiße, die haben Raketen. Wir werden angegriffen. Wir sind in diesem Gebäuden in Deckung. Schaltet sie aus. Angreifen. So, alles hier drauf. Alles hier drauf. Was haben sie für uns? Äh, das sind Gegner, oder? Wir müssen angriffen. Wir müssen angriffen. Hallo. Na, Kampf, irgendwie sowas. Äh... Das ist eine der Stellungen. Finden sie die zweite? Die werden noch mehr fürchten. Das ist mehr als einer? Na. Holla, die Waldfee. Das ist jetzt schön. Klar. Könnte ich jetzt mitnehmen? Nein. Befehl 227 wurde er aufgehoben. Okay, jetzt wird das Territorium gesichert. So, jetzt kann ich mir jetzt Verstärkung den hier vorschicken. Ja, ich weiß. Hatte ich ihn gewann von dem Molotos? Ja, der hat den Molotos. Okay, okay. Da bin ich da drauf. Das muss das doch schlagen. Äh, hat nicht jemand von den Flammwerfen? Die haben Flammenwerfer. Flammenwerfer. Sehr gut. Wir sind die Schussweite des Feindes. Okay, okay. Bewege. So, wir haben das Feuer auf uns eröffnet. Wir haben uns diese Feuer auf uns eröffnet. Außerreich weitergehen. Da ist ein MG 42 abschießen, würde ich sagen. Das ist schämmer. Jawohl, jawohl. Das sieht gerade gut aus. Die können auch von mir nicht durch, ne? Ja, können sie. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt da drauf. Sehr gut. Okay, kommt bei mir. Komm bei mir. Gott, weg, weg, weg. Wir geben uns dorthin. Jetzt stehen uns noch mehr Rekord zur Verfügung. Ja, ich muss das ja halten. Die Trupps sind eingetroffen. Auf Rückzug steht die Todesstrafe. Betroffen. Wir müssen abrücken. Gott, nein, 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 nein. Das mache ich einfach jetzt. So, ich brauche einen Pionier. Da. Rüch. Schroßtrupps. Jeder, der den Rückzug antritt, wird erschossen. Tor. Frontowiki-Trupps zur Disposition. Okay, äh. Erwarten ihre Befehle. Frontowiki-Rekruten nun verfügbar. Abgeschnitten. Erwarten Befehle. Ach, den. Ach, das ist gut. Okay, die halten aber wenigstens lang durch. So, hier. Schade. So. Naja, ich weiß. Ach, das ist doch. Jetzt schießt, schießt, schießt. So, ihr habt die Teile. Nörzertrupp, ja gut. Dann könnt ihr damit jetzt hier drauf schießen. Jawohl, die geben Verteidigung. Die sind hier gut. Okay. Okay, okay. Mit dem Trupp, hier. Ich weiß, ich habe beide. So. Der ist halt woanders hin. Der ist hier für verantwortlich. Das ist der normale, ne ja. Das ist der normale, der geht vor. Schießt, 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 schießt. So, jetzt zum Angriff. Los geht's, Müller. Weg, 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 weg. Aua. Aua. Das Feind hat noch einen Inhalterie-Trupp getötet. Okay, dann ist das ein. Waffentrupp unterwegs zum Erobern. Ja. Oder sowas in der Art. Wir besichern die Gegend für das Volk. Erobern diesen Sektor für den gelassenen Stalin. Wir werden das Gelände für Sie erobern. Sehr gut. Die können uns rückwärts einnehmen, Genossen. Unter Beschuss durch Handfeuerwaffe. Angriffsbefehl bestätigt. Wir haben noch weiter Interpretationen. Wir haben einen feindlichen Trupp gelegt. Ich habe ein paar Kadjushas unter ihr Kommando gestellt, Genosse Hauptmann. Die sollten beim Vertreiben der deutschen Ratten aus der Stadt nützlich sein. Kadjushas? Wenn unsere vorgeschobenen Posten nach ihnen suchen, sind sie wirkungsvoller. Klar. Panzerwüchs. Oh ja. Panzerabwehr hier. Ist hier nicht noch irgendein Trupp? Hier ist kein Trupp. Gute. Also die Dinger sind echt das Nützeste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Okay. Der wird jetzt Bereichspunkt für Kadjushka Feuer. Ist das jetzt das, was ich denke? Ah. Ah. Ah ja. Das ist das, was ich will. Okay. Die gehen über die Seite, ne? Dann geht die hier hin. Okay. Die sind durchgekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So. Jetzt. Gegen Infanterie gehen. Angriff von zwei Seiten. Sag ich mal. Die Zahl unserer Einheiten erhöht sich. Wir werden angegriffen. So. Katjushka. Du machst den. Wir werden angegriffen. Äh. Genau zu gefallen. Ja. Das Katjushka-Raketensperrfeuer soll den Tod über den Main bricht. Ah. Okay. 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 Ähm. Sie brauchen Börserunterstützung. Alles gegen diesen Panzer. Ja. Brauche ich. Oh Gott. Wo ist die Haubitze? Ist hier keine verschissene Haubitze? Wir haben eine neue Einheit. Rücken Sie weiter vor. Und sichern Sie die Brücken, die zur feindlichen Festung führen. Hallo. Hallo. Nein. Wir haben das Feuer auf uns eröffnet. Genosse Hauptmann. Im Norden ist noch eine dritte Brücke. Wenn Sie sie sichern, kann ich weitere Verstärkung zu Ihrer Unterstützung schicken. Werden von Infanterie angegriffen. Das weiß ich doch. Ja, Genosse. Wir werden angegriffen. Wir brechen auf. Du Idiot. Feuer, Feuer, Feuer. So. Und das ist sehr gut. So, jetzt hier. Schuss auf uns. Feindkontakt. Ja, ich weiß, das heißt ja auch gerade Rückzug. Also ist hier, das heißt Rückzug. Schützen bereit. Okay, ihr könnt hier hinten. Ja, sollt ihr. Warum ist das denn ein Ding da hinten? Geht nicht bevölkerungsnummer. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Okay, gut. Sehr gut, sehr gut. Macht. Die Scharfschützen müssen natürlich hinten bleiben. Oh, die sind alle tot. Was ist das? Was können wir tun? Äh, so. Lauf die Deckung! Kann das Ding echt nicht schossen werden? Mörder Roboter weg! Sofort aufbrechen! Wow, was ist das? Ist das nicht das Halbkettenfahrzeug? Was muss getan werden? So. Sofort! Geht nicht der Schuss auf unsere Position! Funktioniert das nicht? Nein! Scheiße! Feier! Komm schon da drauf! Da drauf! Die sehen uns! Ja, bleib stehen, bleib stehen! Geht in Deckung! Nein, jetzt, jetzt, jetzt! Nein, nochmal, nochmal, nochmal! Mörser Granaten unterwegs! Wir haben das Feuer auf unserer Fall! Eine tapfere Infanterie-Einheit hat das ultimative Opfer! Ich weiß! Okay, sehr gut! Haltet die Stellung fürs Vaterland! Trafen! So, was ist da oben? Sichern Sie die nördliche Brücke! Könnte ich versuchen! Äh, Sprengladung, Stellungswechsel! Tennis, was? Sprengladungen anbringen! Äh, Nee! Wir gehen! So, ich soll die nördliche Brücke sichern, als muss ich hierhin dafür! Ich bin auf dem Weg! Sie haben Befehle? Lasst uns den Mörser dahinter aufstellen! Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nicht so schlimm ist, wenn ich hier... Oh Gott! Oh Gott! Nach der oben, nach der oben, nach der oben! Schütze! Zurück, nach der oben! Zurück! Was haben wir hier? Wir haben noch nie noch Druck! Hier, wir bräuchten! Ich brauche sofort Männer an diesem Schub! Los, uns gehen, Genossen! Ach, das ist ein E2 und 2! Ich brauche sofort Männer an diesem schweren MG! Ich weiß! Oh Gott! Bleibt zurück, bleibt zurück! Äh, hier irgendwo! Die sind eben Panzer! Die Teile! Was ist das für drei Leute? Ach, die hier unterstützen das Ding einfach nur! Da ist ja irgendwas! Weiß ich! Da gehen wir! Da gehen wir! Jetzt! Schießt! 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 Jawohl! Geht doch! Ja, Genossen! Der Feind zieht auf uns! Das ist normal! Das ist ganz normal! Ziel bestätigt! Marschbefehl erhalten! so ich brauche noch mehr von den teilen also kannst du erzählen was du willst aber das ist nützlich die ist der natürlich national granaten ein scharfschützentrupps habe ich noch zwei hier den bau noch mal ein paar zartverkanone so ihr seid hier zu diensten was haben wir hier in den mg 42 ist gut das sehr gut da ist die buche da hier ist die buche okay das sind die scharfschützen dann auch unterwegs hey 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 hier sind noch zwei könnt ihr gar nicht könnt ihr aufnehmen könnt ihr auch kein flammenwerfen verdammt ihr habt schon ja okay sorry das habe ich nicht gesehen die haben alle schon halbwegs bessere waffen unsere heimwaffe ist kathoschka ja so ich wir haben doch hier scharfschützen ja da da würde ich gerne mal wissen was das ist wow schießt die mal ab umlegen das ist eine mg 42 trocken nämlich eingezieter schutz in den kopf und so kathoschka wäre nützlich ich weiß ich sehe zwar noch keine wirkung aber und da war auch zeit dass wir befördert werden schade schien aber perfekt waffentrupp im schweren mg truppe haben die nicht noch oh ja rennt ins feuer rennt dabei macht sofort dieser schwere mg bereit oh ja gut zielen jeder schuss muss 17 so viel fehler braucht das hat es braucht drei verdammt trop einsatzbereit habe ich hier noch irgendwas was habe ich hier oh noch ein granatwerfer ihr befehl wir sind bereit granaten in den mörser sofort leute wir rücken ab ja sollen wir etwas bauen nein sie haben befehle sollen wir etwas sprengen nein pioniere bestätigen eroberungsbefehl ihr sollt doch was bauen nämlich verteidigung so langsam weil ich glaube ich muss das ja noch verteidigen hier zurück erobern so so feldverteidigung telamin achso äh ne das will ich gar nicht produktionsgebäude was erinnert ihr euch noch daran wie wir früher aus spaß und erfreund spazieren gegangen sind oh das kann ich ja auch hier machen oh hm mit welchem gebäude mache ich nochmal gut gemacht genosse hauptmann verstärkung ist unterwegs unterstützungswaffen kompanie und ihre einsatzbereit aha was innerhalb außerhalb des territoriums was 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 ja okay ich tue es einfach lieber nicht da kann ich wahrscheinlich die straße lasst uns ein paar panzer knacken ja wir erwarten befehle so das ist die oh das sind die gerade schützt da wäre das natürlich verschwindung hier ist noch die fronte wiki trupp das ist gut das gehört noch niemand panzer büchsen was haben die hier leicht mgs wird leichte panzer ungründ was haben die hier achso ja das will ich auch sehen so leute ach komm mach mal meine folge überlegen panzer abwehr bereit zum einsam was muss getan werden erst mal gucken wir langsam vor wir gehen hier unterwegs so und hier geht ja auch nämlich weiter scheiße wenn wir hier was haben wir hier da liegt nämlich nix es gibt das ist und hier wir haben eine neue einheit sehr gut es hat hier auch der buch wir haben eine neue einheit sehr gut das ist und hier sie haben ein ziel los wir brauchen noch so ein antwort sie haben ja ich habe gerade in idee granatwerfer kann ich das ich kann das dahin schon machen so die panzer als vorsichtsraßnahme so passt aber gegen panzerabwehr aber wir haben das ist so jetzt Da ist ein Schausschätzentrupp bei. Oh ja, oh ja. Oh, scheiße. Was ist das? Buka. Das ist doch mal eine Buka. So will ich das sehen. Wir müssen abrücken. Wir werden den Anstieg rüber. Jetzt wo ist die Sorge? Feuer ermittelt. So, Angriff von hier würde ich sagen. Eroberungsbefehl bestätigt. Habe ich irgendwas, wenn ich das auslöschen kann? Ja, doch das sehen wir. Die Schausschütze sind nicht, würde ich sagen. Ich habe auch gedacht, die ist alles falsch. Ich werde die Infanterie neutralisiert. Achtung! Durch die in der Mitte. Scha, scha, scha. So, ich muss sagen, ich bin vorgegangen. Halt für den Riebeschuss! Scheiße, weg, 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 weg. Erwarten wir sofort aufbrechen. Weg, weg, weg. Wir haben eine der Brücken gesichert. Ausgezeichnet. Verteidigung einrichten zur zweiten Brücke vorrücken. Auf den Weg! Ja, dann können die Panzerschreck auf... Nimm diesen Panzerschreck! Was können wir tun? Wir haben einen Infanterie-Trupp eliminiert. Ich weiß. Ich brauche nur Marfil. Genug, um mich umzubringen. So, ich speichere mal lieber. Das ist gut. So, machen wir weiter. Ich soll auch halten? Ich halte auch, okay. Mit dem, was du... ... ist... Kann ich da durch? Ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal hier hin. Ich weiß. Achso, die haben die Panzerschreck. Mal gucken, was habe ich hier? Wir haben... ... jemand mit der MG42. Garde Infanterie-Trupps. Noch eine MG42. Scharfschützen. Wo kommen die auch? Das ist ja gar nichts zu tun. Schalt haben wir Flammenwerfer, das ist auch noch mal gut. Okay. Jetzt mache ich mal die Katjuszkas im besonderen Einsatz. Ich liebe es, mit Feuer zu spielen. Nein, 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 nein. Nicht da drauf mit den Katjuszkas. So. Trommelfeuer gestartet. Erstmal voraussichtlich. Könnten da Gegner sein. Ich bin zutiefen. Wir sind bereit. Wir sind bereit. und kassel dieser punkte da habe ich doch eine idee so wir haben die feldkanone verloren aber mörser bereit für befehle das ding hier präzise unschlag hier drauf befehle empfangen ja ich weiß hier drauf geschossen genau auf den artillerie was gar nicht gut oh gott weg wir müssen sofort los oh nein Panzerabwehrkanone bereit zum einsatz erwarten leute wir rücken ab ich brauche leute die waffe nicht ungenutzt ok hier drauf nein was könnte knapp werden ich brauche unbedingt so ein ding das klingt sehr gut pioniere unterwegs ok sehr gut sie brauchen pioniere mit den sprengladungen wir platziert die sprengladungen ja ja ich weiß ja hallo wir sind schon hinterlegt etwas in deckung ok oh ha unsere ränge steigern pioniere werden von ihm fast die angegriffen wie der den fertig macht wir sind bereit äh äh gegner müssen besiegt werden mhm die kommen ja hier eh hin ne ja ihr werdet nicht lange überleben ok ok ja leute ui ok äh katjuska wir brauchen befehle ok ich versuch's mal wieder so und mit dem nächsten stoßtrupp voran jetzt stehen uns noch mehr rekruten zur verfügung noch mehr ja wir haben eines unserer panzerfahrzeuge verloren oh oh ja ich muss gucken ob man hier durch kann ich hoffe es einfach mal oh ne oha oha wo drauf oh god da drauf das ist nicht schlimm wir sind wir rechen auf wir haben Verluste bewegung 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 ist der einfach nur verdrinken ne ja 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 wir können hier nicht bleiben und fertig wir werden angegriffen wir werden angegriffen ich hab die wieder nie die idee mörsertrupp bereit wie immer zu diensten äh hier hinter was klopft ihr so waffe aufnehmen ach die sind in deckung ne ach verdammt aber es kommen ja jetzt die artillerie ne nkwd offiziere abgerückt so äh mehr davon rekrute infanterie pioniertrupp scharfschützen trupp schoß ich versuch mal wieder so an allen möglichen so und ne frontwicki trupp natürlich auch frontwicki trupp sind eingetroffen ist das gebäude weg auf rückzug steht die todesstrafe ich hoffe das gebäude ist weg ach ne quatsch ich kann nicht hier durch unterwegs wir brechen auf äh ich kann mit einem so ein wagen nicht da rein so jetzt stehen uns noch mehr rekruten zur verfügung ok äh halb zur rücken und vorrücken ja der ist nur ein einfacher frontwicki ne könnte sich der kant hier zu ne ja echte jetzt ihr müsst nicht so weit nach vorne ok gut ähm haben wir scharfschützen dabei scharfschützen scharfschützen oh die am frontwicki trupp das ist ja gut so die sind jetzt weniger ne hab ich gehört ich äh ist jetzt nicht so traumatisch und jetzt können sie hier rein so äh nein warte nochmal die müssen jetzt hier rein so ach da ist noch einer ähm das kommando hat der feld 227 zurückgenommen aber das dürfte nicht so schwer werden so schießen das dürfte nicht so schwer sein die deutschen werden die kontrolle über diese gegend nicht kampflos hergeben berichte besagen dass sich deutsche streitkräfte ihrer stellung nähern lassen sie sich nicht zurückdrängen sie artilleriefeuer in deckung schicke t 34 panzer zur unterstützung sie können bei der großen fabrik panzer unterstützung anfordern oh ja naja kann ich nicht weil ich keine ressourcen habe aber egal was machen wir die scharfschützer hier hinten die sollen ins gebiet so ein panzer pro position vielleicht wäre das das beste ich hoffe es schon zu spät ist ein hier hin und ein hier hin eigentlich ist das relativ auch ausgeglichen äh die fahren von selber dahinten angriff 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 panzer abwehr äh rollt diese verdammte panzer abwehr die müssen ja eher nach hinten so gajushka ja ich bin da nicht durch der feind hat sich auf uns eingeschossen durch 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 ok durch 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 ey das ist der hammer das ist der hammer im dreich wird angegriffen du bist du scheiße zu schützen wir haben Verluste bei den Fahrzeugen schützen 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 oh gott oh gott trupp mit äh granatwärfer was wir haben den trupp kalt gemacht ja genosse immer weiter voran kann ich noch mehr panzer herstellen nein 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 ja das weiß ich schützen schützen das ist gut das ist gut das ist gut warum wird das nicht gut wir haben keinen freund wiki hier ne haben wir nicht oh gott das ist viel zu oh gott was machen die denn hier hinten ich hoffe das ihre befehlungen ist äh feindliche infanterie wir haben keine art oder wie egal ich hoffe das reicht auch von der entfernung her wir haben das feuer auf unser sauber BUT okay zurück 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 ne wir auf genosse unter wächst ok schu schu bewahren sie die kontrolle erst mal bewahren sie die Ruhr Die brauche ich eher hier Hier ist schwächer Was ist denn das? Das ist ein ganz normaler Ausgucken Okay Ja ich weiß Splittergranate Ruckzug, ruckzug, ruckzug Jetzt schnell drauf Strafbataillone eingetroffen So äh Was sich jetzt denn was? Was ist passiert? Was ist das andere Ding? Oh ich hab nur noch eins Ja klar Deutsche Antiterien Äh Äh Die Arte muss ausgeschaltet werden Ich hoffe das wächst Wird gut Panzer dem anrollen Scheiße Panzers anrollen Schießt, schießt, schießt Okay perfekt Oh mein Gott Oh gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut Panzer weg, 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 weg Weg, 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 weg Oh nein Oh nein Ich verliere diesen Punkt, ich verliere den Alles hier, alles Schießt, 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 schießt Was? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Äh, verteidigen. Lass es los, lass es los. Zurückerober. Nein, 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 er muss bleiben. Sonst bin ich tot. Äh. Ja. So, äh, nein, 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 nein. Präzisionsschlag. Geben. Feindkontakt. Waffentrupp unterwegs zum Eroben. Feindkontakt. Panzerat der Katrin zieht. Scheiße Stokes. Feindlicher Panzerat. Bataillon erwarten Befehle. Keinen Schritt zurück, Genossen. Oh Gott, oh Gott. Befehle. Sie sind nicht ohne. Kopf. Das merke ich. Feindliche Infanterie, Box. Die Zahl unserer Einheiten erhöht sich. Leute, 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 Leute. Was gibt es? Verluste. Sie sind unterwegs. Wir haben jetzt Zugriff auf Straftrupps. Setzen Sie diese Feiglinge gut ein. Ja. Ihr da. Bemannen. Die Männer sind bereit. Straftruppsklappe, Gedenker. Brutale Kronelle. Abgeordnete. Überraten. Klar. Dieser Infanterie haben wir eine Lektion erteilt. Auf sie, ihr Hunde. Vermann diese Waffe. Panzerat der Kanone. Los, 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 los. Ich hab Geld an die Version. Wir haben keine Granate. Was macht der Panzer denn hier? Wir haben einen feindlichen Druck. Das waren wohl die letzten. Pff. Leute. Hey, ich sterbe doch noch alle durch euch. Hier schaffen wir die Wende, Genossen. Wir haben die Gegend. Vorstoßen und feindliche Basis vernichten. Echt jetzt das auch noch? Was haben wir hier? Angriffsflug? Es ist nur ein Stützpunkt, oder? Okay. Perfekt. Perfekt. T34 bereit. Abrücken. Das ist ein Befehl. Nein, 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 nein. Nein, nicht abrücken. Ich sagte nicht abrücken. Ich sagte nicht abrücken. Ich sagte nicht abrücken. Nein, wir sind nicht abrücken. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Nicht abrücken? Nicht abrücken! Nicht abrücken! Nicht abrücken! Dass man diese verfickte Bewegung nicht ausschalten kann. Nicht abrücken. Erschießt sie bitte. Dafür, dass die abrückend sind. Erschießt sie einfach bitte. Da frage ich mich, in welchen verfickten Sinn hatte das jetzt? Ey. Ey, das ist doch nicht mehr zu glauben. Erwarten Befehle. Ja. Hey, Leute. So, weiter vorbekommen. T34 wird angegriffen. Bewegt euch doch mal ein bisschen logischer. Hier ist unser Flammenwerfer. Bald haben wir Flammenwerfer. Bald. Ja, Genosse. Wir haben das Feuer, der vorliegen Flammenwerfer angegriffen. Die blauen Befehle. So, jetzt. Die Befehle werden ausgeführt. Was ist das? Ich hab gehört. Wasser ab, der eröffnet Feuer. Wir haben Flammenwerfer. Ich hab gehört. Jetzt kommt der Angriff. Äh, was? Straftruppen stehen bereit. So, ich hab gehört. Auf Rückzug steht die Todesstrafe. Von beiden Seiten los. Panzer, aufpassen! Los, 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 los. Noch ein Panzer! Ja, ich weiß. Das krieg ich hin. Weg, 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 weg. Dieser Trupp, der muss weg. Weg, 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 weg. Sag dich. Nein! Nein! Ich seh es, wenn ihr zu schlicht seid. Haltet die Stellung fürs Vaterland. Vorwärts, Genossen. Auf, in ihre Basis. Was war denn hier? Ach, egal. Ach, egal. Ach, egal. Okay. Ja, ich weiß. Jetzt ist es eh zu spät. Oh Gott, ich will gucken, was das fügt sich mal an. Wow. Sie ziehen sich zurück. Okay, das ist gut. Gut gemacht, Genosse Hauptmann. Dieser Teil der Stadt steht jetzt unter unserer Kontrolle. Sterben. Echt auf! Jawohl. Ich glaube, jetzt habe ich die Mission auch geschafft, oder? In Stalingrad begriff ich, dass sie die Kontrolle über ihr Kommando verloren. Warum? Weil ich nicht alle Männer in den Tod schickte? Weil ich an ihrer Seite kämpfte? Sie hatten ihre Befehle, wie wir alle! Ein guter Offizier befolgt Befehle, ohne zu fragen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wieder von Comedy of Heroes 2. Und damit tschüss. So, was haben wir jetzt genau nochmal verteidigt? Naja, wie dem auch sei, in dieser Folge haben wir auf jeden Fall die Nützlichkeit von diesen Kadjushkas kennenlernen, von Scharfschützen, die wirklich jedes Mal die gegnerischen Posten ausschalten können. Und Mörser natürlich. Boah, die Dinger sind so nützlich gewesen. Also ohne die hätten wir das nicht geschafft. Aber wir haben auch kennengelernt. Pioniere und Funde. Wikitrupps können doch die wichtigsten sein, wenn sie andere neutrale Sachen aufnehmen. Und am Ende, die großen Angriffe sind doch immer wieder das Beste an den Missionen. Und damit bis zur nächsten Folge. Und äh... Enemies Sniper! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Untertitelung des ZDF, 2020